Die Zahlen sind gut. Ich bin stolz auf das erreichte finanzielle Ergebnis und unsere Marktleistung im ersten halben Jahr. Für mich sind die Highlights die hohe Kundenzufriedenheit in allen Segmenten und natürlich der Gewinn, der Connect-Test, besser Shop, beste Hotline und beste App. Das Schweizer Geschäft läuft stabil. Wir werden laufend effizienter, was uns geholfen hat, den leichten Rückgang beim Telekom-Umsatz zu kompensieren. Und auf der anderen Seite wächst das IT-Geschäft, was mich sehr freut. Das Italien-Geschäft läuft gut. Wir sind im Umsatz- und im Betriebsergebnis gewachsen und auch die Anzahl Kundinnen nimmt zu. Blue ist erfolgreich unterwegs. Wir haben über 2 Millionen Kundinnen und Kunden und wir halten unsere Preise bis Ende 2024 trotz Inflation stabil. Wir sind auf Kurs und zuversichtlich, die hochgesteckten Ziele zu erreichen.